Dieses Jahr wurde am Samstag, den 13. Mai 2017, die Opel Air Party beim Autohaus Trepka & Beck in Zuffenhausen mit großem Erfolg gefeiert. Die Partyband Lollis sorgte für heiße Stimmung und mancher Gast wagte dazu auch ein Tänzchen. Schließlich konnten bei der Verlosung einige anwesende Gäste die ausgezeichneten Preise mit Freuden entgegennehmen. So, kontrollieren wir mal, die Antworten sind richtig. Dann werde ich mich ausnehmen, werde ich mich ins Bett nehmen und ganz schön kuschen mit dem Auto. War das schön so? Alles in einem, ein wunderbarer Tag und deshalb freut man sich auf das nächste Fest im kommenden Jahr. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.